Ich weiß nicht, ob es klappt, ob es alles klappt, ob es schneller ist, als ich dachte. Anders kann ich die Kurve nicht nehmen. Definitiv nicht. Michael ist da. Perfekt. Ah, das ist krackig. Hey, hast du ihn? Natürlich, ich mache, Junge. Hier. Danke. Also, alles gut? Sure, Junge. Also, ist das hier für real? Wir werden nur den FIB verletzen, und gehen mit deinen Schauspielern. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht. Hey, Lester, was hast du? Ich weiß noch nicht. Gib mir einen Moment, ich bin ein fucking Computer. Oh. Oh. Oh, vielleicht bin ich. Hier ist das, was ich denke. Wir haben zwei Optionen. Der neue Sicherheitssysteme geht in den Containment Mode, in der Fall von emergency. You know, earthquakes, mudslides, Acts of God. So, wir können ein paar Firebombs planten, wenn sie dann BANG, die emergency call rauskommt, wir hijacken, showen wir als Firemen, und dann holen wir den Containment Drive. Oder wir können hacken das System auf der Seite. Wir gehen in, äh, bei Air. Ich hoffe, wir werden nicht zu viel Physikal-Resistanz. Sounds relaxing. Either bombing our office ran by a Division of Corrupt Government Psychos, or defeating one of the world's most complex security system using our worthless-ass ninja skills, huh? Yeah. Eenie, meenie, minie, moe. If you favor the Firebombs Containment Drive Option, you'll go in with that janitor's ID you picked up. It'll be at night when most of the workers are off. You mop the place, and plant the bombs where we need them. Seriously? I got a mop? Yeah, yeah, you really do. They'll clock you on the cameras if you're play-acting. You also need a firetruck to show up in when the bombs go off, and a getaway car stashed in a quiet place near the Bureau, so you can torch the truck and then get out. The car doesn't have to be anything special. There shouldn't be any heat. What about the other way? With the, uh, ninja skills? Now, you choose that route, you won't be using the janitor's gear, but we had to cover all the bases. Your FIB paymasters will have to provide you with a chopper and a pilot. Now, you fly way up above the building, parachute in, and gain access through the roof here. Now, you'll need to be armed to the teeth, mind you, just in case the, uh, shit goes down. Mopping or parachuting? Wow, you're making this choice really difficult. The Haynes has given us the leftover money from the Polito-Job to pull this mission, and the crew will be paid out of that, and we keep the change. So, what's it gonna be? Hey, Ian, let me ask you something. More Bum-Bum in the Fortress. So you do want to map? Okay, well, you'll need a couple of gunmen. They'll go in with you as firemen. Everything goes to plan. They won't fire single bullet. But you will be running into a burning high rise with them. So consider that. After what went down at the jewelry store, I could definitely take a chance on them again. I think he has the best words. Ah, Norm, came across as a, uh, a bit of an idiot, but could be useful. Okay, that all look good to you. You are robbing the FIB here. Okie dokes. Hört sich jetzt nicht so gut an. Fluchtfahrzeug mal wieder. Hoffentlich diesmal besser positioniert als das erste Mal. Und wir können mit Salomon was. Anstern, Amanda. Moment schon. Ich hab diesen Chip Patterson-Sach unter die Lupe genommen. Ich glaub, ich hab da was. Wird. Ach, das ist Ewigkeiten her. Dann war das eine E-Mail. Michael, ich bin so froh, dass wir wieder zusammen sind und das läuft. Nach allem, was wir durchgemacht haben, konnte ich meine Familie nicht einfach aufgeben. Ja, du bist immer städlich und du wirst dich nie ändern. Aber ich schätze, wenn die Zeit gekommen ist, will ich dich als deine Frau beerdigen. Hör bitte auf, mich zu betrügen. Hör auf, mit diesen Leuten umzuhängen und hör auf, dich in diese Schwierigkeiten zu bringen, in die du dich immer bringst. Guck, 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 guck. Einfach wieder das fette, deprimierende Schwein in Therapie, das ich so liebe. Okay, mach das Beste aus dir. Das sagen Sie bei Listen in. Also los. Oder mach irgendwas Positives. Sei ein Vorbild für die Kinder, ein besseres Vorbild. Hör zu, ich glaube, wir müssen dringend das Haus renovieren. Nichts Kostspieliges, eine einfache Entkernung. Was? Entkernung. Das dürfte unserer Beziehung gut tun. Entweder das oder du kaufst ein Haus am Strand. Ich glaube, das Meer würde sehr besorgend auf dich wirken. Okay, Moment, was haben wir? Wer? Nee, nee, nee. Das geht so, aber nicht du. Okay, vielleicht geht's doch. Vielleicht geht's doch. Hey, was's up? Too close. Shalom aleikum. Wils? Forgive me. Hey, Sugarplum. Daddy, I'm in trouble. What is it? Money? Drugs? Your mother. There's this guy. Hi, he's been following me around. I think he's about to do something. Yeah, Mochelle. Where are you? Vinewood Plaza. Okay, wait there. He's been following me in my car, so let's just drive around and you can talk to him when he shows. Oh yeah, we'll talk. Beverly vielleicht? Wie kann's noch sein? Da war ein richtig geiles Auto. Also von der Lackier. Ja. Okay, Beverly würde mir spontan... ... ob sie einfallen... ... fernes Trofenwirkung... ... jetzt nicht unbedingt. Hoffentlich. Natürlich der Fame-or-Shame-Tipp. Wen soll's denn noch geben? Hm, die von dem... ... die von... ... die von dem Boot am Anfang. Diese Porn-O-Darsteller. Oder Produzenten oder whatever die waren. Vielleicht sind die noch so... ... ich weiß nicht, wir werden's gleich sehen. Noch in der Ferne. Yay. Einmal braucht man keinen. Daddy! Komm, geh in die Fahrt! Let's go! Let's see if we can find him. Ich sah ihn vor dem Körner. Hawaiian Snow. Wir suchen einen Mann in eine Purple-Convertible. Ich weiß nicht, was er macht. Okay, ich werde einen Augenblick auf. Thanks, Daddy. Hey, hey, what are dads for, huh? I mean, other than giving you money, putting a roof over your head, speaking to guys who ridicule you once. Hey! Is he hier? No, he's not around. We should try that motel opposite the big construction site. Where'd you meet this guy? Uh, at a signing? What are you signing? A pot petition? You better not be taking out credit like your brother. Not credit. Oh! You see him? I don't think so. Maybe we should look over at Cluck and Bell. Rockford Clather. What? I was signing autographs at the expo. People want to meet you after that video on fame or shame? Yeah. 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 The video is... I see you. I haven't seen a good week. We found this brick. Not yet. Okay. Oh, how about going around the corner and back up the hill, past Crocahoop? My baby girl's a celebrity with their very own stalker. You've finally made it, Dad. You raise your kids in Rockford Hills. Ah! Purple car, that's him! Fuck! He's on to you! Let's go! How do you like that? Man, we have him, though. Wow! D***hole! He's out of the car! Hey. I get it. I'm going. I'll never come back. I'm an addict. I need help. I'm a victim. I'm not ready with you. I'm so fucking tired you're going to inspire me. Lauf schneller, Michael. Don't kill me for loving her. That ain't love. It's the internet. You're a cyber creep. You're right. You're right. I'm getting help. Don't kill me. I will dich nicht töten. Run, you little bastard. All the way out of town. I'll leave the state. I promise, I'm going to Thailand. Hey, I'm in rehab. What? Thailand? Hey, I learned my lesson. Okay. Wieso bleibst du da nicht stehen? Ups. Ähm. Ich wollte nur, dass er stehen bleibt. Ich dachte wirklich, dass er stehen bleibt. Oh, man. Na gut, Michael bekommt ein bisschen Ausdauer dazu. Das kann ja auch nicht schaden. Okay. Okay. Wie ist das, sind die alle schneller als ich, wenn ich sprinnte? Ich wollte ihn wirklich nur zu Boden hauen. Mehr wollte ich gar nicht. Oh, der Wagen sieht gut aus. Ach, kommt, das überlebe ich noch. Was ist passiert, Daddy? Ich hatte ein Verzicht. Ich bin sorry. Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast. Was? Wir mussten sicher sein. Ich wollte nur, dass du mit ihm sprechen willst. Das war infinitisch mehr Persuasiv. Ich hätte niemals gesagt, dass du dich呼fst. Ich weiß nicht, dass du mit ihm schädigst. Ich konnte nicht die Chance nehmen. Ich weiß, dass du mit ihm schädigst. Ich weiß, dass du mit ihm schädigst. Mein Vater ist einer von ihnen. Ich bin einig, Baby. Es ist Zeit, dass du dich ernst hast mit deinem Leben gemacht hast. Ja, ich bin nicht perfekt. Aber ich liebe dich. Ich glaube, er hat mich wirklich schädigt, aber ich weiß nicht was. Dann schaufe ich es niemals. Ich versuche nicht zu denken, was du wirklich schädigst. Der Russische hat ihn so viel überrascht. Okay, das ist richtig. Denial funktioniert für mich. Gut, das ist meine Frau. Jetzt, bitte, versuche ich, bessere Schwierigkeiten zu machen. Danke, Daddy. Tschüss. Ich bin glücklich, dass ich meine paternale Rage produktiv für einmal benutze. Ich kann doch nicht das Auto von meiner Tochter nehmen. Seid ihr bescheuert? Ja gut, dann müssen wir Salomon auf die nächste Aufnahme verschieben. Für heute war es das. Beim nächsten Mal machen wir dann eben dort weiter. Bis denn. Bis denn. Bis denn. Vielen Dank.